Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming. For you, wir spielen Dumbo und mit am Start ist Dumbo himself, der liebe Paule. Ja, hallo Leute, der Paule mit den Segelohren, das ist genau der Dumbo. Genau, nein, Spaß muss sein. Ich freue mich, dass du mich unterstützt, vielen Dank fürs Mitzocken. Wenn ihr da draußen auch Bock habt, nicht nur Like, Kommentar, kostenloses Abo da lassen, sondern in die Videobeschreibung schauen, da habt ihr den Einladungslink zu meinem Discord-Server, ist kostenlos und findet da ganz viele tolle andere Leute aus der Gaming-Community. Was machen wir heute, Paule? Kopfgeldkorrifäe. Immer Kopfgeldkorrifäe. Let's go. Aber wollen wir mal ein bisschen aufräumen, was? Räumen wir mal ein bisschen auf, yes. Mit was für einem Charakter bist du unterwegs? Na, mit dem, äh, Cleaner. Boah, wieso hat denn der so viel Leben? Bastardo. Echalon, oder was? Die haben 120 Leben, diese Vögel. Ja, den muss ich dann dreimal treffen, mit der, mit der Waffe. Erste feindliche Kopfgeldkorrifäe im Visier. Aufspüren und aushalten. Wir haben unsere erste verbündete Kopfgeldkorrifäe. Scheiß, weil wir gerade korrifäen. Wir gib kein Feindelfeier. Ja, ich muss, ab und zu muss ich mal nochmal nachfragen. Oh, wie hässlich! Ich lauf dem SoDope hinterher, der hat ein Radar an. Uh, der hat einiges erwischt. Angegnern. Perfekt, der andere ist hinten reingelaufen. Oh, du blöder Arsch. Da ist der Dennis. Oh, genau hinter mir. Und der hat mich auch noch erledigt. Ich komme neu rein. Da sagte was. Der Bastard. Ich bin hinter dir. Hoch hier. Hier eben schön campen. Das ist eine super Position, ne? Töte mehr Leute über meine Annäherungsminen. Ja, wir sind auch, die sind genial, ne? Hässlich! Ah, ich merke schon wieder, ich brauche eine andere Waffe, ey. Und schon wieder einer rund mit mir, gell? Ich liebe das! Oh, Double Kill. Aber mein Team kann wenigstens einsammeln. Der hat mich erledigt, der hat an dir vorbeigeschossen. Ich kam hinter dir. Und dann trifft der jetzt Kugelmagnet Paule. Kugelmagnet, finde ich witzig. Ich habe Informationen zu einer neuen feindlichen Kugelmagnet. Du hast die Kugelmagnet. Wir sind hier genau, wir sind hier genau reingelaufen. Hm. Sorry, meine Frau ruft Koffer. Kein Problem. Die beste Rache ist Rache. Die neue Kopfgeld-Korrifäer gehört den Verbündeten an. Gib ihr Deckung. Ich brauche die Täter! Ich habe Informationen zu einer neuen feindlichen Kopfgeld-Korrifäer. Sieh auf deinem Op-Set nach. Du hast zwar ein Tief, aber das ist nicht das Ende, Agent. Du schaffst das. Gegnerische Kopfgeld-Korrifäer. Sorry, da bin ich wieder. Sofort neutralisieren. Alles gut. Oh Gott. Ja, das war wieder der geile Paule, Junge. Hat er wieder Multikill gemacht. Oh, ich sterbe. Die hohen Tiere wollen Kopfgeld ersehen, Agent. Wie sie auf einmal alle da in dem Gang da drinnen spawnen, die Bastarde. Ich bin Korrifäer, also macht mir Kills. Scheiße. I'll try. Wenigstens ein Kill-Assist bekommen. Wenn die da einfach spawnen, wo man selber gerade gespawnt wird, dann das ist böse. Ah, ich wechsle gerade mal nie. Ah, wie hässlich. Oh, ich hab Flammenwerfer. Jetzt gibt's aufs Maui. Let's go. Wer ist Korrifäer? Ah, der ist so schnell. Ah, zu zweit. Ich brauch die andere Waffe, glaub ich. Das ist, ich brich nämlich, ich wandle auf die... Scheibenscheiße. Dann kommt schon ein Vogel mit dem Schild und mach nicht alle. Ah, mit der Granate, los. Ah, die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe, die Waffe. Wir haben aber... Der ist den Arsch gerettet. Aber hallo. Unter uns kommt einer. Ah, scheiße. Halb unzufrieden bisher. Alter, wie er halt nicht sterben will. Die neue Kopfgeldkorrifäer gehört dem feindlichen Lager an. Sende Koordinaten. Ich fahre über dir. Oh, ich bin kein Ulti. Können Sie euch nicht mehr verstecken. Ah, von rechts, von links. Oh, fuck. Dieser blöde Arsch. Ich spiele ja selber die Spinne, ne? Aber ich hasse sie auch. Aber im Moment spiele ich kein, die Spinne. Ah! Wieso wechselt der wir auch nicht auf die andere Waffe eigentlich? Ich habe doch schon längst auf... ...von Ding gewechselt auf die Schrotflinte. Komm, wir müssen gewinnen. Ich strenge die an! Ah, wieder! Ah! In den Arsch! Ich komme! Ich helfe dir! Ah! Schieß, da kommt da die Treppe hoch. Ich könnte kotzen. Und dann macht er seine Ulti. Dann macht er seine Ulti, der Arsch. Aber ich habe ihn noch gekriegt. Die neue Kopfgeld-Koryphäer gehört dem feindlichen Lager an. Sende Koordinaten. Ein Dürer-Höpfel-Sie zu holen. Oh, knapper Sieg! Also, das war wirklich ein knapper Sieg, aber schlecht war es. Eine schlechte Runde. Oh, war doch... War doch in Ordnung. Wo bist du? Da bist du. 18 zu 16. Wenigstens ist das eine positive KD. 17,22. Ja, ist in Ordnung. Passt auf. Ah. Ah. Geht besser. Aber wie macht der andere 36 Kills? Ich habe schon viel verrücktere gesehen. Ja, das ist schon krass. Aber die Waffen. Das sind die Waffen einfach. Die sind geisteskrank. Ab einem gewissen Level. Du müsstest doch eigentlich auch schon so eine geisteskranke OP-Waffe haben. OP gibt es nicht. Also, OP-Waffen gibt es nicht. Meiner Meinung nach nicht. Doch, wenn du die Schussrate extrem hoch knallst, bei einer MP, dann dauert es keine zwei Sekunden und dann bin ich tot. Ich habe es oft genug erlebt. Du musst doch noch treffen, ne? Aber ich habe die MP5 auf maximal. Also, die ist auch Gold. Ich will jetzt die MP7 hoch spielen. Und dann gibt es also die Vector, die... Die ist eigentlich die, die 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 meisten am besten finden, ne? Ja. Weil die so eine hohe Feuerratung schon von Grund aus hat. Na ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich nicht auch die Waffen nochmal ein bisschen durchwechsel. Aber ich habe jetzt dann gleich mit meiner MK, äh... das Sturmgewehr empfehlen. Das hat drei Schuss Salvensturmgewehr. Da bin ich auch am Max am Level. Zweimal treffen, ist der Gegner down. Oh, was nehmen wir denn, den Cleaner? Wir nehmen hier den süßen und mit der Verbrennungsdrohne. Und dann nehmen wir die Waffe. Du siehst schon geisteskrank aus mit deinem Feuerwehrmann da ganz rechts. Heftig. Mayday spiele ich eigentlich auch ganz gerne. Die Map ist ganz cool. Ja. Es gibt nur Hauptquartier, also dieses Echalon Hauptquartier. Das spiele ich gar nicht gerne. Sonst spiele ich jede Map. Echt? Hauptquartier finde ich auch ganz witzig. Oh, die finde ich richtig kacke. Ah, da macht er mich wieder mit einem Schuss kaputt, ne? Ah, ich kriege die Krise. Rennen wir doch nicht von der Nase rum, du Bämbirne. Ja, einen habe ich nochmal mit der... mit der Gerät. Mit der Gerät gerettet. Mit der Gerät. Ich habe schon wieder meine Feuerdrohne verschissen. Ich laufe nur Spidey hinterher. Das ist gut, der Junge. Das ist richtig gut, der Junge. Headshot. Da kommt rechts gleich einer. Der mich getötet hat. Bei dir, Paule. Bei dir auf der rechten Seite. Ah, von oben. Oben am Flügel. Ich bin mir gerade ein bisschen verpissen. Kacke, ich muss wegzahlen, ich muss wieder die MP nehmen. Die sind... die laufen mir zu viel rum. Bitch. Am Flügel oben sitzt einer. Okay, das ist... Holy shit. Das war gut geschossen. Dankeschön für den Save. Und Kill. Manchmal ist ein bisschen so Wurm drin. Es würmt so schön im Würmeland. Ja, zu zweit. Dreh dich um, Spider. Dreh dich um. Ich brauche mal so ein Tastatur für Shooter einfach. Das ist wirklich ein Graus. Schade. Wenn den halt auch mal jemand töten würde, wäre auch ganz geil. So zur Abwechslung. Stirb doch einfach. Ich habe mich wieder ein bisschen erholt. So hässlich einfach. Diese miesen Ratten. Die Sorge. Ja, das ist so dumm. Das ist so dumm, dass ich meinen scheiß Kopf rausstrecke, während ich nachlade. Drei Gegner vor mir. So dumm muss man erst mal sein. Na, und dann kommt der zweite direkt ums Eck. Hunde. Du willst mich doch. Hunde. Hunde. Aber das ist, ich schießt den Van Riepen mit Feiermanition in den Rücken. Das ganze Magazin. Kein Schuss geht vorbei und ersterbt nicht. Da krieg ich die Krise, ne? ja war ja klar dass das passiert können wir zusammen bleiben paulo wo bist du ich habe keinen einzigen schuss getroffen keinen einzigen schuss getroffen ja da wundert es dich noch da wundert es dich noch was ja bitter gerade kraut und rüben kraut und rüben sage ich dir ich glaube du hast die überrumpen der seite der seite spawnflip ich habe eine ultra ich frage noch gerade als ich die ultra anschalte spornen drei leute vor mir ich krieg sowas von herpes einfach das ist extrem scheiße aber das ist doch das spiel so viele kopfkeller gerade wir haben die sterben will weil ich halt auch nicht treffe ich muppet du bist immer besser denn es ist hässlich es ist richtig hässlich gerade ich brauche einfach mehr schuss richtig ich bin bei dir unten im flugzeug drin und sofort war ich wieder weg wenn ich koryphäe bin dann bin ich noch magnetischer noch anziehender einfach ich habe informationen zu einer neuen feindlichen kopfgeld koryphäe sie auf deinem offset nach flugzeug fragt mein teammitglied wurde zur kopfgeld koryphäe gib ihr feuerschutz nein der sniper hat mich erwischt schönes duel der kann doch nicht überlebt haben der vogel mit der drohne und mit nach das ist nicht zu was nein da hat er mich umlaufen der wichser kriegt dann daumen hoch dafür lehrad lehrad richtig weglaufen kannst du nicht das kannst du vergessen die kriegen dich die schweine der weiß genau wo ich bin wie hässlich hauptsache ich habe noch gekillt vorsicht aber einer linke seite meine drohne hat wieder nicht gewirkt und da kommt er wieder mit seiner sniper oder was aber die spiel ich auch gar nicht die waffe ja ich bin halt schon halb tot ne als die mich dann killen ja ist bitter stark geschossen neue verbündete kopfgeld koryphäe registriert über mittlere ich habe informationen zu einer neuen feindlichen kopfgeld koryphäe macht es nicht zur gewohnheit ach man 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 all right dann sage ich an der stelle gerne like kommentar kostenloses abo da lassen ich würde mich riesig freuen paule auch bei ihm gerne mal einschalten wie kann der bierbauch spieler des matches sein den habe ich hundertmal gedötet und genau nicht aufregen denn es ist alles gut hast du mir auch mit bierbauch überholt richtig tschüss